LOL Surprise Smartwatch mit Kamera und Spielen und deiner Lieblingsbibi MC Swag. Bitte lächeln, mache Selfies, Fotos und Videos und verziere sie mit süßen Stickern und Emojis. Süße Outfits für Diva, Neon Cutie, MC Swag und Queen Bee. Nach dem Styling wird's sportlich. Der Schrittzähler zeigt, wie viel du dich bewegst. Oder zeige beim Stopp-Tanz, was du drauf hast. Im Augmented Reality Spiel entdeckst du LOL Surprise Bälle. Beim Spielen sammelst du Punkte und Belohnungen. Und es gibt sogar einen Terminkalender. Ihr habt die Uhrzeit immer im Blick mit mehr als 50 digitalen und analogen Ziffernblättern. Die LOL Surprise Smartwatch mit Kamera und Spielen.